Gartenarbeiten im Oktober. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Ich gehe nachher hinaus, ihr seht hinter mir, also heute zumindest, haben wir herrliches Wetter. Die ganze vergangene Woche, das war also nur Regen, Regen, alles ist eigentlich nass. Ich will im Garten jetzt einfach ein bisschen arbeiten, weil wir haben jetzt schon Oktober und jetzt langsam, ja, ist Endsport, kann man sagen, oder geht der Endsport los, wie man es will. Auf jeden Fall, ich habe vorhin noch einmal geschaut, also in den Beeten kann ich noch nichts machen. Da ist es richtig, richtig nass, die Erde. Also zumindest bei uns hat es so viel geregnet, das ist also, meine Fässer sind übergelaufen, alle Fässer, die ich gehabt habe, sind übergelaufen. Und ja, jetzt schaue ich halt mal, was ich alles machen kann. Ich möchte zum Beispiel gerne noch, ich habe immer noch Tulpen und Osterglocken und Hyazinthen habe ich noch ein paar und ein oder zwei Kaiserkronen. Die habe ich ja mal im Frühjahr raus, weil sie im Weg waren, weil ich wollte ja ein bisschen umpflanzen. Und die möchte ich gerne noch in ein Beet reintun. Also das kann ich noch machen, aber in den Gemüsebeeten, da kann ich gar nichts machen. Also das ist einfach zu nass. Da muss ich jetzt so ein, zwei, drei Dach warten, bis ich richtig machen kann. Rausreißen, das geht, rausnehmen wir alles. Aber dass man mal das Beet ein bisschen herrichtet und so, also das ist zu nass jetzt. Ja, und deshalb werde ich jetzt dann meine Blumenzwiebeln pflanzen und dann schaue ich einmal, irgendwas findet man noch. Rasenmähen geht ja auch nicht, das ist auch alles noch nass. Also ja, das letzte Mal Rasenmähen vielleicht, ne, Oktober sagt man aber eigentlich Ende Oktober. Wenn das Wetter schön bleibt, dann muss man auch Ende Oktober nochmal mähen. Es kommt immer aufs Wetter drauf an. Aber die Regel sagt halt einfach Ende Oktober das letzte Mal Rasenmähen. Also es ist bei jedem woanders, ne, in Norddeutschland ist es anders wie in Süddeutschland oder in Nordbayern ist es wieder anders wie in Südbayern. Es ist so unterschiedlich, da muss sich jeder selber nach seinem Wetter richten. Ich schlage ja immer nur vor, was man so machen sollte oder kann im Oktober. Und wenn das auch dann schon im November reingeht, ist das auch nicht so schlimm. So, und jetzt fange ich wieder mal an. Also, Pflanzen. Die Pflanzen kann man jetzt wunderbar im Oktober bis Mitte November ein paar Obstbäume, aber nicht alle. Und zwar nur die Kirschbäume, Birnbäume und Zwetschgenbäume. Die kann man Oktober bis Mitte November pflanzen, aber auch nur, wenn es frostfrei ist. Aber genauso gut Apfel- und Birnbäume. Also die können dazu. Birnbäume habe ich ja gesagt, aber Apfelbaum auch. Aber, wer Pfirsich, Gwitten oder Aprikosen reintun will, oder reinpflanzen will, der muss bis zum Frühjahr warten. Weil diese Bäume, Pfirsich, Aprikosen, Gwitten, das sind empfindliche Bäume. Und wenn man die jetzt pflanzt, die Wurzeln, die packen das schon gar nicht mehr richtig. Der Baum kann sich nicht ein bisschen dran gewöhnen an alles, dann kommt schon die Kälte. Und dann ist der geschwächt. Und im Winter kann es leicht sein, dass er dann erfriert oder zurückgefriert. Also das sollte man nicht machen. Aber ich glaube, es wird auch nicht so viel angeboten von den Aprikosen und Pfirsichbäumen. Ich habe das nur einmal in einem Gartensender gesehen, ein paar Stück. Aber die werden schon wissen, warum sie es nicht anbieten. Ja, Rosensträucher und Hecken, das wird jetzt auch alles gepflanzt. Das ist ja gerade im Oktober, ist das jetzt wunderbar zum Pflanzen. Rosen, also ich habe da keine jetzt zum Pflanzen, auch nichts zum Umpflanzen. Was habe ich gesagt noch? Rosensträucher. Sträucher habe ich ja erst gepflanzt, ja. Am Zaun entlang, das habt ihr ja mitgekriegt. Und Hecken, ja, habe ich auch keine zum Pflanzen. Dann die Tulpen, Krokusse und Osterglocken, was ich gesagt habe, das werde ich nachher machen. Die kann man aber auch noch bis Ende Oktober stecken oder pflanzen. Entschuldigung. Aber ich persönlich finde es immer besser, wenn man die schon so Anfang Oktober spätestens pflanzt. Ende September, Anfang bis Mitte Oktober. Weil dann können die noch ein bisschen anwurzeln und kommen dann im Frühjahr besser. Und das garantiert auch eher oder garantiert fast immer, dass sie dann auch blühen. Jetzt wenn man die erst im November oder Dezember reintut oder manche tun sie ja erst im Januar, Februar rein, dann kann es sein, dass die nicht blühen. Also die Erfahrung habe ich schon oft gemacht, weil ich das schon alles ausprobiert habe. Und deswegen sage ich das euch. Wer Stiefmütterchen oder Badnelken, vergiss mal nicht sowas, vorgezüchtet hat, also angesäht und begiert und so, der kann das jetzt alles an Ort und Stelle pflanzen. Ich habe das mal keine Stiefmütterchen vorgezogen und keine Badnelken. Die Badnelken, muss ich zu meiner Schande gestehen, die habe ich vergessen zu säen. Und jetzt ist es natürlich zu spät, aber für das nächste Jahr habe ich mir das schon notiert im Kalender. Und ein paar, die sind ja zweijährig. Und von diesem Jahr habe ich jetzt ein paar Pflanzen stehen gelassen, die einigermaßen schön sind. Und ich hoffe, dass dann da wenigstens ein paar Blüten rauskommen. Dann geht es weiter mit Ernten. Ernten kann man jetzt ja noch einiges im Garten. Also mit Schnittlauch, Petersilie, das kann man ja noch laufend abschneiden. Man kann auch so noch zum Nehmen Oregano und Majoran und sowas halt alles so noch im Garten an Kräutern isst. Aber langsam, also ich habe Thymian neulich einmal getrocknet und ich finde, der schmeckt nicht mehr so. Es ist besser, wenn man den im Frühjahr oder im Frühsommer erntet und dann trocknet. Da hat er viel ein besseres, ein stärkeres Aroma. Also ich mache das immer so, ich habe genug getrocknet in der Zeit. Aber natürlich kann man es jetzt auch noch machen. Zum Ernten kann man ja, aber da gibt es ja noch im Garten den Knollensellerie, die rote Beete, die Karotten, Porre und Salate, ganz verschiedene. Aber das erntet man ja sowieso jetzt langsam ab. Aber zum Lagern könnt ihr das ruhig noch ein bisschen stehen lassen, bis das schlechte Wetter kommt. Aber dann raustun und dann lagern Karotten zum Beispiel. Oder ihr habt Winterkarotten, die könnt ihr auch noch länger drin lassen. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Ich habe sogar im Januar, Februar, habe ich noch Karotten rausgezogen. Die waren nicht kaputt, obwohl die in so einem langen Kasten drin waren. Also nicht einmal im Boden drinnen, sondern im Kasten, wo es außenrum noch mehr friert. Und die Wurzeln dann ja noch empfindlicher werden. Und die Karotten, die waren noch einmalig. Die haben wir dann noch verarbeitet. Die Kerstin hat noch welche gegessen. Ich selber mache ja die Karotten so zum Essen nicht. Ich kau und kau und kau. Und ich bringe die nicht runter, ich kann die nicht schlucken. Ich weiß nicht warum. Das war schon als Kinder so. Dann hat es mir meine Mama immer gehobelt, ganz fein gehobelt. Und ich weiß noch, hat es mir manchmal ein bisschen Zucker drunter, dass wir noch besser geschmeckt haben. Und das habe ich dann gegessen. Die habe ich runtergebracht. Aber runterbeißen geht bei mir halt nicht. Ja, also gut. Dann, was wird überwindet? Die Geranien und Fuchsien, da habe ich jetzt auch angefangen, wie bevor es zum Regnen angefangen hat, vor einer Woche, habe ich schon einige Geranien rein. Also die alten habe ich jetzt mal zurückgeschnitten. Ich habe nur so junge Triebe ein wenig dran gelassen. Und ein paar Blüten sind manchmal noch dran. Und die lasse ich nochmal nachwachsen. Die Jungen, da habe ich ja Ablecher eingepflanzt. Die habe ich auch rein, weil ich mir gedacht habe, da ist es nachts zu kalt. Wir haben zum Teil nur noch Minus, sag ich schon, plus drei Grad gehabt. Also das ist schon sehr kalt für solche Blumen. Auch für die Fuchsien. Und ja, und die großen, weil, ja, die werde ich wahrscheinlich dieses Jahr alle ein wenig zurückschneiden, weil sie mir einfach zu groß sind. Letztes Jahr, die ganzen letzten Jahre, wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr die Videos schon angeschaut habt, die habe ich immer gehen gelassen. Den ganzen Winterdurch sind die so groß da gestanden und haben den ganzen Winterdurch geblüht, bis sie irgendwann so im Februar rum aufgehört haben. Und dann habe ich die erst zugeschnitten. Und also dieses Jahr mache ich sie jetzt einmal anders einfach. Mir geht es nämlich auch um den Platz. Und ich stelle es dann in den Wintergarten rein. Und wie man die dann überwintert am besten, da haben wir schon einmal ein Video gedreht. Da könnt ihr einmal nachschauen. Und dasselbe, das ist auch mit den Fuchsien. Hinter mir ist keine da. Na, die habe ich da drüben. Die blüht jetzt so schön, die lasse ich jetzt einfach noch blühen. Die schaut richtig schön aus. Und erst wenn ich merke, die hört jetzt auf zum Blühen, dann werde ich die runterschneiden. Und vor allem, also frostfrei müsst ihr es dann stellen. Ich lasse die im Wintergarten, da kommt kein Frost rein. Es wird zwar sehr kalt, aber es gibt kein Frost. Es geht nicht unter 0 Grad oder so. Das höchste oder das tiefste ist meistens, was ich bis jetzt gehabt habe, war plus 4 Grad. Und das halten die Blumen dann schon aus. Weil man gewöhnt sich ja langsam jetzt dann an den Winter. Jetzt stellt man es rein und dann nachts wird es ja auch immer kühler oder kalt schon. Und es wird täglich dann die nächsten Wochen immer kälter. Und da gewöhnen die sich dran und dann macht es denen gar nichts aus. Beim Feldsalat, wenn der schon gewachsen ist bei euch, wenn ihr einen gesät habt, dann, wenn es kalt wird, dann deckt ihn doch mit so Fichtenreisig ab oder mit so Tannenzweige, so wie ich das immer wieder mache, so mit Zweigen abdecken. Oder wenn ihr das nicht habt, dann nehmt einfach so ein Vlies und werft es drüber. Bloß damit sie ein wenig einen Schutz haben. Aber ihr müsst da nicht direkt drüber werfen, sondern ihr könnt das Vlies auch zum Beispiel solche Bögen, so wie diese, die habe ich in meinem Shop, diese, nicht Frühbeete, aber das sind diese Bögen, wo dann das Vlies oben drüber kommt. Und das kann man ja schon im Februar raustun oder im Winter sogar mal. Und dass er sowas dann macht und tut es noch drüber. Mit dem Winterporre und mit Zellerie, wenn ihr den noch draußen stehen lasst, dann häuft er mal den ein bisschen mit Erde noch an. Weil beim Porre ist es ja so, dass alles, was oberhalb vom Boden ist, dass das grün wird. Und alles, was praktisch unter der Erde ist, das bleibt schön weiß. Und wenn der jetzt noch wächst, dann wächst er ja raus und dann wird das alles grün. Und ein Porre will man doch schön weiß haben. Also schön anhäufeln. So, dann, ja mit den Anpflanzen, da habe ich jetzt da gar nichts stehen. Anpflanzen, ich mache das auch so, was ich nachher noch herrichte, das ist mein Hochbeet. In meinem Hochbeet, da muss ich noch was rausreißen und dann werde ich das aufhacken, gebe einen Kompost rein und vermische das ein bisschen. Und dann werde ich da ansehen, so einen Wintersalat. Da habe ich ja mal einen gekauft. Ja, da machen wir extra ein Video drüber. Und den will ich jetzt noch einmal probieren, weil damals hat er mir nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, hat mir einfach nicht geschmeckt. Und jetzt probiere ich es einfach noch einmal. Und was ich noch reinpflanzen will, was war denn jetzt das noch? Jetzt weiß ich es noch mal, noch irgendwas, säen, rein säen wollte ich noch was. Ach ja, Podolack, Winterpodolack. Nicht, dass man ein wenig Salate hat oder das zum Salat dazutun kann. Winterpodolack säe ich auch vielleicht zwei, drei Reihen, das kommt jetzt drauf an. Aber wie gesagt, da gibt es ein extra Video, was ich dann alles im Hochbeet ansähe oder pflanze vielleicht noch. Über den Winter natürlich, das bleibt über den Winter. Muss aber natürlich, wenn es kalt wird, oben auch ein Vlies, sowas drüber. So, dann haben wir, ja, sonstige Gartenarbeiten. Sonstige Gartenarbeiten. Die Obstbäume, falls ihr es noch nicht geschnitten habt, dann könnt ihr die jetzt auch noch schneiden. Bis in November rein auch noch. Bloß ist es, je länger, dass man wartet, desto gefährlicher ist es halt, wenn dann Frost kommt. Und man hat ihn vielleicht ein, zwei, drei Tage vorher geschnitten. Das schadet dann dem Baum ein bisschen. Da kann es sogar Krankheiten dann geben. Also, ich mache das immer lieber ein bisschen früher. Allerdings darf man nicht alle Bäume im Herbst schneiden. Das ist genauso wie mit den Pflanzen. Jetzt darf man schneiden, die Kirschbäume, sollen sogar geschnitten werden. Apfelbäume, Birnbäume könnt ihr schneiden. Aber Pfirsich, Aprikosen, Quitten, die schneidet man erst im Frühjahr, weil die ja kälteempfindlich sind. Und wenn man, wie ich gerade gesagt habe, wenn man die schneidet, es kommt Frost, dann friert es unheimlich zurück. Das tut dem Baum weh. Also, das dürft ihr nicht machen. Das wird erst so im Februar dann gemacht oder im März. Wer einen Gattenteich hat, der sollte jetzt immer wieder das Laub und alles, was so reinfällt, mit einem Rechen vorsichtig rausholen. Weil das fängt alles zum Verfoulen da drinnen an. Und wenn das verfault und wenn ihr Fische drin habt, dann kommt kein Sauerstoff mehr. Also, das ist auch für die Fische nicht gut. Allerdings muss ich dazu sagen, wenn am Boden dann Schlamm drin ist und ihr habt Fische im Teich, den Schlamm müsst ihr drin lassen. Oder zumindest eine Schicht, weil die Fische, die buddeln sich da regelrecht ein im Winter. Und da überwinden die dann auch. Aber, wie ihr bestimmt alle wisst, die einen Teich haben, das Wasser muss immer wieder Sauerstoff reinkommen. Also, entweder so einen Frostschutz aus Styrobor kaufen und da ist auch oben so ein Röhler drin. Und dann kann Luft rein und da ist auch Luft drin und Sauerstoff. Also, man kann es auch mit einem Strohball machen, habe ich einmal gelesen, auch einen Strohball nehmen, aufs Wasser legen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht fault oder ob das nicht grün wird oder so. Weiß ich nicht. Und manche, die länger, bloß ein Brett rein, damit er nicht ganz zugefriert. Ein Holzbrett ganz einfach reinlegen, da soll er angeblich nicht zufrieren. Und dann kommt nämlich ringsherum auch ein wenig Sauerstoff rein. Und da taut es ja am schnellsten dann auch immer ein bisschen ab. Und dann kommt auch ein wenig Luft rein und Sauerstoff. Auf dem Rasen, wer immer Laub hat von den Obstbäumen jetzt, das Laub sollte man wirklich regelmäßig abbrechen. Nicht jetzt bitte wieder sagen, ja, das lässt mal liegen und das Dünger und so. Nicht auf dem Rasen. Weil alles, was unter den Blättern ist, also der Rasen, und selbst wenn es Löwenzahn ist oder Klee oder so, das verfault ja da drunter auch, weil es ja keinen Sauerstoff mehr kriegt. Und wer will denn schon verfallenen Rasen oder Fläche dann da haben, also das lieber abbrechen und das Laub dann dafür in den Kompost rein oder in eine Ecke rein, wo dann der Igel vielleicht kommt, vielleicht mit einem Igelhäusler so noch dazu und Laub drüber. Also kann man doch verwenden, also Kompost, oder man tut es gleich auf die Beete drauf und kann es mit einstechen. Das hat mein Papa immer gemacht, weiß ich noch. Der hat immer das Laub zusammengesammelt, da hat man keinen Blatt mehr gefunden. Und der hat es dann immer gleich mit eingestochen und bis zum Frühjahr war das dann verrottet. Ja, und das ist dann wieder Dünger, ne? Weil ich schon Igel jetzt gesagt habe, Igelhaus oder Gelegenheit, wo der Igel Unterschlupf findet, wenn er das macht, weil die laufen jetzt schon überall rum, die Igel. Ich habe schon etliche Überfahrer nicht gesehen, ach, das tut mir mal so leid, ne? Und genauso, was jetzt, was man auch aufhängen sollte, wenn man das will, für die Eichhörnchen, so Kästen, wo Futter drin ist, Futterkästen natürlich, ne? Ich zeige euch einmal meinen, den habe ich nämlich, den habe ich bei uns jetzt im Shop drinnen und den will ich jetzt einmal irgendwo hinhängen. Ich muss mir bloß heute einen Platz noch raussuchen, weil bei mir ist es ein bisschen gefährlich, weil die Katzen ja überall raufgehen und bei uns gibt es so viele Katzen. Und die verjagen sämtliche oder verscheuchen sämtliche Singvögel, wir haben so wenig Singvögel noch da und verscheuchen auch die Eichhörnchen. Aber zwei Stück sehe ich immer noch rumhupfen, das ist ein braunes und das ist so ein schwarzes oder fast dunkel, dunkel, ganz dunkel, dunkelbraun. Und da will ich das aufhängen und da zeige ich euch einmal, da kann man das ausklappen, da setzen die sich nämlich drauf, da ist eine Plexiglasscheibe dran und das ist der Deckel, wo man oben Futter rein tun kann und die Eichhörnchen, so steht es nämlich auf dem Flyer drauf, die heben automatisch selber den Deckel, der geht auch nicht, der ist nicht schwer und holen sich da das Futter raus und dann ist das auch nicht nass, ne? Ja, man könnte das ja auch zulassen, aber dann soll sich das arme Tier dann hinsetzen, ne? Also so, und dann holt sich das immer da das raus. Und ich habe natürlich auch gleich Erdnüsse gekauft für die Eichhörnchen. Ja, da bin ich schon neugierig, freue mich schon drauf. So was, also da schaut man ja so gern zu, ne? Wenn die Vögel fressen oder sich baden im Sommer oder, ja, einfach in der Wiese rum. Oder mein Amsel, ich habe immer bis heuer das erste Mal, dass die nicht mehr da war. Ja, ich habe jedes Jahr eine Amsel gehabt, die ist mir sogar in den Beeten nachgepft, ne? Das war immer so schön, die ist immer bis auf einen Meter hergekommen, da habe ich immer ein bisschen mit ihr gesprochen, habe gesagt, hilfst du mir ein bisschen oder schaust du mir ein bisschen zu? Und da hat die immer so, so hat sie immer gehorcht, ne? Das war so süß, ja. Und heuer habe ich sie vermisst. Wer weiß, was mit ihr passiert ist, ja. Also, werde ich heute noch machen, aber ich muss erst einen Platz raussuchen. So, und natürlich die Vögel auch füttern, ne? Ist klar, also, wenn man will, schon, jetzt, wenn man es nämlich jetzt schon füttert oder Futter rein gibt ins Vogelhaus, dann lockt man doch die Vögel an. Letzte Woche, vor dem Regen war das noch, ja, da waren einmal fünf oder sechs Meisen da, das war eigentlich ein Gezwitscher da. Da denke ich mir, was ist denn da? Schaue ich raus, waren das fünf oder sechs Meisen und sind alle zu meinem Vogelhäusle hin. Und gerade da habe ich nichts drin gehabt, ne? Ja, und man macht, ah, die suchen jetzt schon, ne? Also, deswegen muss man schon was reintun. Es muss ja nicht so viel sein wie im Winter, ne? Weil es die einen sagen, man soll das ganze Jahr füttern, die anderen sagen wieder, nein, nur wenn es so kalt ist, dass sie nichts mehr finden. Also, wie man es macht, ist verkehrt, ist egal, also jeder, wie er will. Und ich habe schon jetzt ein bisschen was rein, ich hoffe, dass die wieder kommen. Bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Schauen wir mal, ne? Wenn ich jetzt noch ein wenig Weichfutter rein tue für die Vögel, weil manche, die wollen ja Kerne haben und andere wollen wieder das Weichfutter haben. Und ich habe beides da und werde ich wieder mischen und werde ihnen was reingeben. So, dann machen wir mal weiter. Also, dann haben wir das Gras, dass es nicht fault. Rasenmähen haben wir schon. Und von den Blumenbeeten oder auch von den Blumenkästen, was blüht alles so und was dann verblüht, gleich abzwingen. Dann haben die anderen noch ein bisschen mehr Kraft, können noch schön blühen. Vielleicht sind auch noch Knospen dran. Und wenn ihr Glück habt, blüht auch noch was weiter. Und da freut man sich doch dann. Dalien und Winter hatte Knollen und Zwiebeln. Das tut man jetzt dann, wenn es verblüht ist, auch raus. Es heißt zwar, man soll es drin lassen, bis die trocken sind, die Blätter und Stiele. Das habe ich einmal gemacht, mache ich da nicht mehr. Weil dann hat es nämlich dauernd geregnet, der Boden ist nicht mehr trocken geworden und dann ist die ganze Erde an den Knollen hängen geblieben. Und das ist ewig nicht abgetrocknet. Und ich wollte es nicht mit Gewalt runter tun. Weil normal klopft man dann die Erde irgendwann ab und überwintert es doch schön. Und das konnte ich dann gar nicht. Das mache ich nicht mehr. Jetzt blühen es noch, aber sobald ich höre im Radio, dass es wieder zum Regen anfängt oder dass so ein Regengebiet wieder kommt, dann werde ich die rausholen. Dann kommen sie halt in die Vase, was noch dran ist. Und ja, mehrjährige Balkon- und Kübelpflanzen, die frostempfindlich sind, die sollte man dann auch in einem frostfreien Raum aufbewahren. Also ob jetzt das eine Garage ist, Keller wäre es natürlich noch besser, so ein kühler Keller oder Gartenhaus, weiß ich nicht, wie das bei euch ist. Bei mir ist es da zu kalt dann, wenn es richtig eisig wird. Oder wer ein Gewächshaus ist und hat es sogar beheizt im Winter, weiß ich ja nicht. Da kann man es da auch reintun. Es ist ja nicht warm drin, sondern es ist ja nur überschlagen. Da geht es dann auch. Übrigens habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, für die Balkonkästen gibt es in meinem Shop jetzt so Hauben drüber, die genau über so einen Balkonkasten passen. Wer Interesse hat, muss da mal nachschauen. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja, aber ich habe eigentlich dann gar nicht mehr draußen so Kästen, nicht so Balkonkästen. Und für Kübelpflanzen habe ich auch verschiedene Sachen. Ja, und dann noch mit den leeren Gemüsebädeln. Früher hat man ja immer eine Spatentiefe reingestochen und umgestochen, reingestochen und dann das Ganze umgedreht. Und das war dann das Umstechen. Und da hat mein Papa dann eben immer das Laub gleich mit reingestochen. Oder wenn er einen Hühnermist oder was gekriegt hat. Früher haben wir auch Stallhasen gehabt. Das hat er alles gleich mit reingestochen. Und den Winter über ist das verrottet. Er war weg im Frühjahr. Und das war ein guter, fruchtbarer Boden dann. Aber das macht man heutzutage auch nicht mehr so, dass man sagt, so tief darf man nicht mehr reinstechen. Am besten gar nicht. Also von gar nicht umstechen halte ich jetzt auch nichts, weil ich festgestellt habe, wenn man gar nicht umsticht und nur mit so einer Harke durchzieht, die vielleicht so tief bloß geht, dann, jetzt will man, so ist mir passiert, will ich meine Kartoffeln reintun. Ich will reinstechen, nach zwei Jahren, in den Boden reinstechen, wenn ich beide nicht reinkomme, dann habe ich meinen Fuß nachdrücken müssen. Der Boden ist so hart gewesen unten dann. Also das mache ich auch nicht mehr. Ein halber Spatenstich kommt rein, wird auch dann so aufgelockert, aber nicht ganz umgekippt wieder. Ihr wisst, wie ich es meine. Dass die schlechte Erde schon unten bleibt, aber ein Teil, also, wie soll ich denn sagen, von dem halben Spatenstich, dass das obere zwei Drittel bloß gedreht wird, die Erde. Und das untere ist ja dann nur aufgelockert. So mache ich das jetzt immer. Und das ist mir lieber so, darauf bin ich mehr davon überzeugt. Man kann dann, wenn man umgestochen hat, kann man auch Kalkstickstoff gleich draufstreuen oder auch erst später, aber wenn ihr was ansehen wollt, muss mindestens ein Abstand von sechs Wochen sein. Kalkstickstoff ist nämlich auch gut für den Boden. Die Wassertonnen, ja, also ich lasse jetzt kein Wasser mehr zulaufen, da werde ich jetzt auch die Klappen alle zumachen, weil ich muss allerdings einen Anschluss machen, dass das woanders hinläuft. Und ich habe jetzt sechs Fässer, na sieben sind sogar mit dem kleinen, naja, es ist ein kleineres, aber die ganzen sieben Fässer sind bis oben hin voll, sind schon übergelaufen. Und ich muss schauen, dass ich das Wasser wegbringe. Und da werde ich das so machen, dass ich da, ich habe da so eine Pumpe, und da stecke ich dann meinen Rasen, äh, Rasengattenschlauch an, und dann werde ich die Hecke ringsherum und die Obstbäume und so, das werde ich einfach nochmal festig gießen. Und ein wenig was, so zwei Tonnen hebe ich auch noch auf, weil es kann ja im Oktober immer noch warm werden, dass man immer wieder noch gießen muss. Kann passieren. Wäre ja auch eigentlich schön, ne, ein goldener Oktober, das wäre es. Ja. Gartenwerkzeuge, wenn man nicht mehr benötigt, kann man auch schon eine Wahl vorarbeiten, die macht man sauber, mit Wasser, schön sauber machen, dann schön trocknen lassen, und dann mit dem Öl einreiben, so bloß dünn drüber reiben ein bisschen, dann kann das nämlich nicht rosten. Ne, mit einem Lappen, mit so einem alten mache ich das immer, den ich dann dann auch wegwerfe. Und die Gartenmöbel, jetzt braucht man es noch, aber draußen, ja, kann man schon einiges wegtun. Also, meine Plastikstühle, die ich immer draußen stehen habe, immer, die, also im Sommer über meine ich auch jetzt noch, die werde ich, ja, die lasse ich noch ein wenig stehen, die sind gleich reingeräumt, und die anderen, die sind ja unterm Dach bei mir, unter dem Schuppen, da unter dem offenen, und die bleiben sowieso dann auch im Winter da drinnen, die brauche ich dann bloß übereinander stapeln, und tue eine Plane drüber, und dann sind sie auch verstaut, ne, oder der Tisch ist selbe. Aber wer nur für draußen Wege hat, ja, sollte man jetzt dann schon langsam, oder Ende Oktober, ne, sagen wir mal, wie das Wetter halt ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, sollte man das schon sauber machen, und nicht dreckig überwinden, und dann im Frühjahr erst anfangen. Ja, das habe ich schon gesagt, bei, bei kälteempfindlichen Pflanzen, da wird ein Pflanzenschutz drüber gestülpt, ne, habe ich welche im Shop, falls er Interesse hat, aber, äh, manches, also wie Oleander, den habe ich da, da draußen steht, den habe ich ja komplett zugeschnitten, bis, fast bis zum Boden runter, ihr wisst doch noch meinen schönen, großen Oleander, den ich da von meiner verstorbenen Freundin, äh, noch vorher geschenkt kriegt habe, und der hat jedes Jahr so schön geblüht, und heuer hat er nicht so geblüht, und auch die Blätter waren nicht so schön, und dann schaue ich einmal, hat er Läuse dran, und zwar orangene Läuse, solche habe ich noch nie in meinem Leben gesehen gehabt, ich sehe immer die schwarzen Läuse, oder grüne, ne, aber, aber orangene, dann habe ich halt mit meinen Hausmitteln angefangen, hat nichts geholfen, die sind so widerspenstig gewesen, diese Läuse, ich habe es mit den Gattenschlauchern auch noch abspritzen angefangen, sind zwar runtergespritzt, am nächsten Tag waren schon wieder welche dran, das hat mich so genervt, dass ich den komplett abgeschnitten habe, und bei der Gelegenheit auch meine zwei anderen, der andere, der war ungefähr, prrr, 60, 70 Zentimeter hoch, hat der auch an den Spitzen solche Läuse gehabt, den habe ich auch abgeschnitten, und dann habe ich noch einen kleinen gehabt, und den habe ich auch abgeschnitten, und der hat sogar jetzt noch einen Knospen gekriegt, also, der blüht demnächst bei, ja, und jetzt erwächst der sowas von schön nach, der wird so schön buschig, ich fotografiere das nachher, dann stelle das die Kerstin noch ein, ja, das mit dem Igel, habe ich schon gesagt, mit dem Igelhaus, und, und mit dem Eichhörnchen, ja, und das war es eigentlich schon dann für heute, also ich weiß jetzt gerade nichts mehr, es muss ja jeder selber noch wissen, was er im Garten hat, ich habe ja auch noch meinen Urkohl, oder, Urkohl-Irischen Kohl, wie er auch genannt wird, habe ich auch im Garten, ja, der ist jetzt mittlerweile fast zwei Meter hoch, und da habe ich schon einmal richtig geerntet, und habe das aber dann eingefroren, weil im Sommer mache ich das eigentlich nicht so gern essen, lieber dann im Winter, da davon ein schönes, warmes, oder heißes Essen machen, so ein Eintopf oder sowas, und da mache ich das lieber, und ich werde jetzt auch wieder Blätter ernten, und weil die Blätter schneiden, die habe ich so in Streifen, in so breitere Streifen geschnitten, habe die dann blanchiert, und dann habe ich es eingefroren, und so mache ich das jetzt dann da auch wieder die nächsten Tage, weil der ist nämlich umgekippt, wie es geregnet hat, jetzt dann war auch so ein artiger Sturm, und dann hat er mir den dermaßen stark umgekaut, jetzt haben wir ihn ein wenig hochgebunden, aber ist schon wieder ein Stückchen rumgegangen, also ich muss einen richtigen Stecken reinhauen, damit der nicht mehr umkippen kann, ja, das war es dann soweit, ich werde jetzt noch ein paar Fotos machen für euch, und dann werde ich anfangen im Garten, ich freue mich schon, und als allererstes mache ich meine Blumenzwiebeln, ich hoffe auf einen schönen Oktober, einen goldenen Oktober, mit viel Sonne einfach, und dass es noch einigermaßen schöne Temperaturen hat, dass man sich vielleicht doch noch am Tag über mal in die Sonne setzen kann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke fürs nächste Video, dass ihr ja keins verpasst, abonniert auch meine Newsletter, der wöchentlich erscheint, und schaut mal im Shop vorbei, es gibt richtig praktische Sachen, ich verwende viel davon, bis zum nächsten Mal dann, tschüss, eure Gartenmoni, tschüss.